Oh, das ist okay. Und der Tellerbringer? Also das kann er jetzt nicht so gut durch. Das ist Schale. Er hat halt die Punkte gebacken. Ich hab da halt heute reingelacht, würde ich die sagen. Irgendwie alle würden uns reichen. Ja, warum? Leider war ich doch nicht. Der Mann hat er einfach. Was ist von dem Maul hoch? Oder irgendwie, ich fühlte schon keinen Fall. Ich glaube. Du bist ja lieber weich. Du bist ja so. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Und da hier hast du noch Musik an. Wer macht Namen vor allem? Und der Typ, der hört den ganzen Namen schon an. Und die haben halt noch nicht so schlecht. Dann haben keine Kommentare oder so. Was macht der noch? Er war das Besten? Ja, nicht. Also wir sind jetzt nicht für alle. Wenn hier ist alles falsch. Der Dion hat ja vorher noch mit ihm vorgespräch gehabt. Wie sind die jetzt so drauf? Und an die und so halt im Spaß nachher. Und weißt du wie es ist? Die haben auch so Probleme mit Rechtsradikalen und so. Und ja, stimmt, stimmt. Dann kommt der her und hört als erstes nach Hause. Ich hatte alle einmal was gedacht. Nein. Aber er hat eigentlich halt gewusst. Das war auch ein bisschen. Ich hatte dieses Punkt. Also es war so ein Punkt. Aber er hat es halt gut. Ich habe die Idee geliefert. Er muss es halt so beschlossen. Und das ist eigentlich ein bisschen aus der Welt. Und wir haben äh... Oh Gott. Ein sehr leckere Fülle. Aber, aber... Wir haben ein Übel. Aus deutschen Kolonien. Oder aus deutschen Kolonien. Oder aus deutschen Kolonien. Und die haben echt gute Kleidung raus. Und ich mache meine scheiß Factory. Äh, zu einem Lachbäller, zu einer Kreatur. Ich spiele eine Kreatur, wo ich einen Spieler, also wo ein Spieler zwei Kreaturen aufhören kann, damit die aufgebaut wird. Ich mache dasselbe, weil ich etwa drei Kreaturen habe. Damit ich nur Kreaturen habe. Und auch ich spiele die Bände. Ja. War mit? Geil. Aber es war halt... Aber auch gut halt noch... Bei dir. Genau. Bei dir. Bei dir. Weil die Topdeck, äh... Topdeck, äh... Topdeck, äh... Und dann hat es uns halt alles leckeraut. Aber es war so geil. Topdeck, äh... Topdeck, äh... Kalle, alles klar bei dir? Ja. Äh... Äh... Er legt immer nur seine Achsel. Hattet jemand Achselhabe und kann mal so ein bisschen Kaffee? Nee. Das ist vielleicht auch der Lachstum. Das ist vielleicht auch der Lachstum. Ja. Andere, du? Bitte einfach mal. Dann habe ich doch wohl noch ein Weißmus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Weil, nee, nee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da sieht doch auch deine Hose aus aus. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich hab auch meinen Hintern keine Zeit. Ja. Hier. Dann kriegst du dann erklärt, du hättest zu. Du hättest zu. Oh Gott. Da hättest du schon wieder zu. Wo ist die Kamera? Da hab ich da gehalten. Siehste, und das ist noch das meiste, was wir zu bieten haben. Das ist echt ein Rappenarm, oder? Ha! Nee, Unterarm, ja. So, hallo. Hi. Na? Wie geht's jetzt? Du wirst auf jeden Fall sehen. Ich kenne mir jetzt auch deinen Hintern, Kalle. Ja. Na ja, also musst du Schuhe machen. Ist nur fair. Ich grins nur noch. Also, Kalle ist nicht so aktionsfreundlich. Kalle, du bist ja auch Aktionskünstler, komm. Und schlägt sehr lecker an. Also, die Kamera geht runter, das ist schon mal schön. Oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt musst du auch die anderen sehen, sonst ist es nicht... Das ist wirklich eine Gase. Bisschen Anschwung, komm. Bisschen Anschwung, komm. Bisschen Anschwung, komm. Was ist das denn? Ist das ein Eier? Ich glaube, das sind nur seine Finger. Er treut uns nur. Er treut uns! Alle, wir wissen, dass er uns treut. Das sind Finger. Schwach, Kalle, schwach. Ihr seid wirklich klug. Viel klüger, als ich dachte. Ich weiß auf jeden Fall Eier von Fingern zu unterscheiden. Da war ja auch noch. Ich weiß die Sachen nicht mehr. Hat er nach wie gesagt. Ich trage raus. Aber was ist mit einem Laufschlag zu verabschieden? Happy Birthday! Er mag seine ganze Haare auf dem Kopf. Ich hoffe, er lässt es jetzt wachsen. Ich weiß nicht, was er sieht. Ich weiß nicht, was er sieht. Kannst du es bitte hinklern? Kannst du es hinklern? Ja, es ist schon hart. Kann er alles über die Woche machen, wenn er es hinklern ist? Kann er nicht auch mit anbieten? Ja, die Woche war dann vorbei. Wir können höchstens sagen, dass er sich jetzt rasiert. Er hat jetzt immer so gemeckert, dass er sich die Haare schneidet. Aber er hat es halt irgendwie nicht gemacht. Eigentlich wollte man es in die Beine brauchen. Aber genau. Nicht immer so schleifen lassen. Wenn er den Kopf graviert. Ich finde es auch. Er hat auch noch mit Schaden. Er hat halt den Vorteil, dass er nicht wirklich hier ist. Wie man hat mit Spaten. Es ist halt schwer, von hier aus den Kopf zu rasieren. Du gehst einfach zu gerade. Das stimmt. Augenbrauen, das haben wir auch nicht mehr passiert. Wenn morgen noch mal was gefeiert. Ja. Mir ist das ein bisschen nachgewachsen. Und das ist auch mit dir. Naja, das ist auch dabei. Wie ist das? Wie lange hast du noch nie? Was? 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 Ja, das funktioniert. Das ist ja so ein bisschen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das war ja auch geil. Das sah nicht besser aus als Vorfahren. Ich muss ja nicht mehr so ein bisschen mehr aufzunehmen. Also schon weiter. Also weiter auf jeden Fall. Ah. Ich habe übrigens morgen Abend auf dem Arsch, also ich habe jetzt bis nächste Woche mitgekommen. Ja, was machen wir morgen Abend? Was machen wir denn auf dem Abend? Ja, der geht jetzt los. Der Vordergrund. Oh, Frau. Kann ich jetzt überhaupt hier einparken? Schön. Ja, ist das Leib? Das machen wir. Danke, aber morgen geht's fahren. Oh, danke. Oh, schön. Was? Was? Ja, das war vorher noch ein bisschen verletzend. Ja, unterboten Beleuchtung, da ist es um Ratt. Was? Die Rattung, die Rattung, die Rattung, die Rattung. Geil, wie ein Blues aus Weimar. Das tut da gerade ein Rucksack. Ich habe schon eine Risse aus dem Weg. Aber du bist wahrscheinlich erst mal unterwegs. Ja. Weiß du, so aus der Rühr? Also, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hallo? Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Das ist so spektakulär. Soll ich mal? Das ist halt wirklich nicht krass. Wir haben das mal zusammen gemacht. Ich will das auch sehen. Nein, pack den Arsch wieder rein. Jetzt darfst du es sehen. Franz wieder angezogen. Ah, du hast mir gegen Jan geworfen. Das ist halt echt schwer. Rauchl hat es probiert. Das hat er dir getan. Also so fühlt es halt gar nicht zu sehen. Ja? Willst du mal? Lack der Arsch. Also ich würde sagen, jeder darf bei dem anderen Mann. Dreh die Kamera nicht von der Action weg. Keine Ahnung, was mit dir jetzt passiert. Was ist das für ein Stream kommt?